Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal 5 Nights at Freddy's Security Breach, ich freue mich schon total drauf, ich habe es Freitag um 3 Uhr gekauft, kam jetzt jetzt nach Hause und ist jetzt fertig geworden und jetzt schauen wir mal Fullscreen Ray Tracing, ah, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, Untertitel können wir anmachen, Small, ja, okay, Steuerung, Sprinten an, aus, ja, im, 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 italienisch, nein, deutsch, was sehe ich mit italienisch, ja, machen wir mal das Spiel, das Spiel, ja, hätte ich nicht gedacht, ich hoffe, meine Kamera funktioniert, lol, Ah ja What the fuck, man? Montgomery Gator Roxane Wolf Wolfie Glamrock Chica Pretty fast here No, frecky Okay, cool Okay, cool Ich bin gespannt, wie das ist Bin ziemlich gespannt Wollt das schon die ganze Zeit zocken Gleichscrewing macht zwar jetzt eher weniger Spaß, aber Okay, cool Lade es Wollt das? Kommt da noch was? Was? Das? Das war das Spiel Hör mal auf mit dem Spiel. Spaß. Super. Super. Ah, jetzt halt. Cool. Endlich. Safe Mode. Aha. Aha. Lade das? Mhm. Freddy. Freddy. Shhh. Will you shut up? Who said that? I did. And down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. What the fuck? There is not a safe play area. Oh god. Yeah, yeah, yeah. Oh god. Okay. There you are. Oh, Freddy. What are you doing? Scan and complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Sophie, please. Sophie, please. I'm Gregory. 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 I will notify the main office. Connection error. I cannot connect to the main network. Super. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh. I hear footsteps. What is there? That is the security guard. She can help. No, no, no. I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Is there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Screenshot. It is a novelty Freddy fast watch. And a Freddy fast watch, alter. What the fuck man. Wie passt der Gregory eigentlich da rein? What the hell? What was that? I am sending you an encoded message. Hello Gregory. It is me, Freddy. I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Ah, yeah. Tastes to find. Eh, what? Wait, 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 wait. I have not heard so right. The free Freddy. Yeah, nice. A Tastes. What? Ah, oh, here. Aha. Oh, it is so sweet. Yeah, 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 yeah. Okay, yeah, yeah. Okay, yeah, thank you. You have to climb through the ventilation system and release me from the outside. No, 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 no. Ah, yeah, yeah, yeah. Just to get out of it. Oh, wow. No, 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 no. Holy, no, no. Oh God. Yeah, 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 yeah. It's time to tell me, yeah. Gregory. Hey Curry! Roxy Wtf Wtf ist das? Stamina habe ich das nicht, cool Da rastet mir ganz brutal aus, das ist nicht gerade gesund Was ist das für... Chica Ok cool Ok cool Das ist... Es gefällt mir jetzt schon das Spiel Wtf ist das für ein riesen Untertitel hier Aha Cupcake Aaaaaaah Please make your way to the front of the building Where you will be given novelty glasses A voucher for one free soda refill And where you will sign and leave this disclaimer Releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit Have an awesome night and we'll see you again soon Kuck dir Uuuuuhh Chillig Freddy Oha Schau mich nicht so an Freddy The stupid door won't open The stupid door won't open The stupid door won't open Oh You are going to need a photo pass to open the door Junge es hat manchmal so richtige FPS stops I assume you already had one Well you should be able to find one at a convenience counter 1,2er photo pass Hier oder? Ja Photo pass Oh wie süß Good job Now please come let me out Ja Es sieht überschön aus irgendwie Way to go Superstar Superstar I knew you could do it I know how to get you out of here Climb back into my chest cavity There is still time but we must hurry If I am spotted I will certainly be taken back to my room I will escort you to the main exit through the utility tunnels Here is the safest path Okay But you better be careful moving around I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel Ja 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 Als ob der da reinpasst Young what the fuck man Ah was Was das In der Tasche Ich war so besonders Was Oh 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 Original Ah Fuxi Kittenfuxi Byron had better Oh 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 ist das schön Scheiße man was hab ich getan Danke Wollte ich eigentlich nicht Oh 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 Sorry Gregory I would love to do a tour But it is closing time And this door is locked Lol Oh 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 Cool Oh 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 aber andere youtuber haben das auch schon also nicht im internet oder so ich kann mich nicht bewegen hallo what the fuck freddy? stop it! erst Hilfe ist das erste Hilfe? auch zu stecken freddy! you're supposed to be on lockdown officer vanessa i do not know how i got here well you totally blew it tonight you know your system crashed and you ruined the show now parts and services have you on reduced power they said as a safety precaution just one more thing to deal with i apologize okay look we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage if you see anything, know it by me immediately i already alerted the others now go back to your room oh the others already know the other oh no freddy winked at all freddy winked at all tunnels connect all the attractions we can go anywhere in the building? correct hazard blast monte golf roxy raceway they are all accessible to staff with clearance of course guests are never allowed down here but what the fuck what's the fuck ne von da kam ich grad ah die fps drops teilen sind übelst eklig laden standen niedrig oh nein er ist gar nicht gut los freddy lad dich gleich auf Das ist nicht gut. Oh no, Freddy! Ja, ja. Alles gut. Ja. Dieses Süß. Ich weiß nicht, ob ich das alleine alleine machen kann. Es ist Chica! Vielleicht kann ich sie mit etwas distracten. Aha. Aha, 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 aha. Gut zu wissen. Ah! Dreh dich nicht um! Oh Gott, Junge. Oh Gott. Ja, 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 ja. Sprinten. Habe ich schon herausgefunden. Muss ich gleich rennen? Äh, ja, ja. Ich geh einfach... Speichern kann ich hier nochmal, das ist cool. Das bedeutet nichts Gutes. Habe ich so das Gefühl. Martin! Nein! Los! Ah! Oh! Ihr kennt, Alter! Ah! Oh mein... Oh! Oh, nein... Oh, nein... Woah! Oh... So, die... Ihr Fasswatch ist nun verbunden mit dem Sicherheitssystem. Ah ja, ich bin gut. Ah, anders hin. Ah, ich hab Angst. Speichern. Ja, ja, ja. Juhu. Schnell einsammeln, ich wills haben. Chica Pinata, wie süß. Warte, 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 ich bin hier. Sie ist da, das heißt. Wenn ich da lang gehen, bin ich tot? Nein, 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 gug, gug, gug. Sie geht verscheiß. Hoffentlich mal im Kreis entlang. Oh, motherfucker. Wie ist das? Ja, ich bin hier. Nein, nein, nein. Pacht, ich bin hier. Jetzt, was ich da tun? warum musst du gar nicht hier sehen? what the fuck man until then keep moving and try not to draw attention to yourself if there is another way out I will help you find it I promise schnell speichern, ja bitte intense oh ah wow what the fuck what the fuck no cool cool, 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 cool cool, cool, cool ne, so gut hab ich die gespeichert ok also nicht solchen Reinigungs-Spots begegnen ich habe verstanden kann das noch ein bisschen zu Ende sein? ah jetzt hat's ja schon nicht begegnen süß wo geh ich dann lang? ah ja ne, das Haupteingang Haupteingang ist ja hier ich glaube nicht das in der Ecke was ist hier hier Pupcorn hier nein ein geschenk cool sehr schön dacke nicht nähern ganz schlecht oh freddie oh die gegend gefällt mir total wie kann los da rum upgrade ...haut mal was... Scheißkerl! Wo läuft Schicke rum? Über hier? Oh Gott! Schicke ist da! Ja, ja, ich weiß, was Schicke dort ist. Oh Gott! Kann ich da rein? Nein, schade. Motherfucker! Motherfucker! Nee! Piss dich von mir! Nee! Huh! Wo ist die weg? Ah! Chosi! Ah! Nein! Ticket entspricht nicht mehr. Huhuhu.... Oh, huhuhu... ...%a Ausweichen, äh, aus, ja, nein, 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 ausweichen, beschmeich bleiben, hier bin ich, hier, ähm, Haupteingang, Eingang ist da. Ah, ich hab Angst, schade, ich sehe mich nicht, oh man, hau ab, bro, ah, das ist knapp, man, oh man, 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 muss ich da runter, denk mal, sieht richtig aus, Cupcakes, oh, das ist Mystery Price, what the fuck, ich hab das getrunken, äh, es ist ein schade Mr. Hippo-Bridge-Magnet? Wie süß. I am sorry, Gregory, I am truly sorry. Cool, das hab ich hier auch gemacht. Was hat mir das jetzt gebracht, außer ein Shortcut? Ich, ich würde gerne wieder speichern. Ich stehe hier, äh, geht jedes Mal so lang. Mann, 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 Mann. Scheiße, war der dumm. Schicke, verpiss dich, ja? Nein. Mh, mh, mh. Vielleicht sollte ich von unten wieder... Was ist jetzt nochmal meine Mission? Upgrade Automat? Schau mal. Apparat. Upgrade Apparat. Und wo ist das? Wo ist Chica? Da. Nein. Ich höre sie. Da, sie geht gerade runter, das wäre ein bisschen blödsinnig. Hoch geh, äh, runter geh. Geschenke, Tore, Geschenke, Büro, Eingang, vielleicht ein Büro? Sieht so aus, oder? Ich hau ab. Fuck, die ist immer noch unten. Glocken, die ist einfach nicht voll genau. Ah! Ah! Ah, scheiße! Das ist die scheiß Robo Wache dort. Ich könnte sehr schnell gehen. Abkommen. Ganz schnell. Chica ist da. Kommt die runter? Ne ok cool. Dann geh ich mal da lang? Vielleicht? Schnell hinter die Theke hier rein. Jetzt muss ich da lang da lang. Ich glaube hier sollte ich erstmal safe sein. Ich bin hier sowas von nicht safer, dass ich hier verstecken kann. Scheiße. Kann ich nicht rein. Mist. Ah ok. Das ist mein Pass. Trance, ein schreckliches Magnet hast du gefunden? Nein. Ja! Die Magnet hat die Maschine getrennt. Oh Mann, jetzt ist es ein bisschen ein Daycare Pass? Das ist großartige Nachrichten. Ich werde dich in der Daycare. Die Entrance ist auf dem zweiten Floor Balcony. Ein Geschenk? Keine Ahnung was das war. Warte wo ist die Kita? Warte wo ist die Kita? Ist das die Kita? Vielleicht? in die Kita gelangen wo ist sie? ah ich sehe sie Kita 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 Smart Customer Service im Büro war ich noch nicht da komme ich aber noch nicht rein glaube ich mal ist da die Kita? hier bin ich grad das heißt ich müsste grad mal hochschauen da, da war da bin ich sie geht runter aber auf der anderen Seite right genau ich schau hoch ne ist nur ein Aufzug wohin auch immer vielleicht hier da, take care muss doch die Kita sein, right? du schitter was sie sassen hier Pippi Jau, bravo, ich hab dich abgeholt. Ach, das sind nur neue Nachrichten, so, ah ok, aha, in der Kita war ich das, warum, was denn so schlimm in der Kita, dass er heult, heilige Scheiß, Alter, das ist so ein Auflade-Ding für Freddy, puh, das, das wird ein Spaß zum Bespeichern hier, Gregory, ich bin nicht beobachtbar, gekonzt, was da ist das denn? Was ist das denn? Was ist all diese Scheiße? Ich bin bloß Ha water. Das ist toll. Woah! What the fuck? Ich bin stuck. Ich verarsche mich gerade. Okay, Gott sei Dank. Jetzt ist der Junge nur scheiß seine... Are you kidding me? Was? Ey! Sonne. Aha. Schön. Ich habe das auch gesammelt? Ja. Ja, oder? Ah. Ja. Nein! Warum würde du das tun? Langsaden, Langsaden... Ich habe mit euch. Ich werde mit euch pardon speaking! scrutiny Was ist der f... Naughty boy Jo It's past your bedtime You must be punished Pretty night Oh Geil Taschenlampe wo Wo ist die Taschenlampe man? Error Ach nek mich doch Wo ist die Taschenlampe Äh Wo ist die Taschenlampe I'm not going out there without a flashlight It's too dark Wo ist die Taschenlampe Ich seh die gar nicht Hä 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 Bin ich jetzt dumm oder so Bin ich jetzt dumm oder so Was ist das denn für Ding Hä Wo ist die Taschenlampe Hä Wo ist deine Taschenlampe Hä 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 Ich verstehe nicht Was ist meine Taschenlampe Was ist das? Wo ist deine Taschenlampe, Junge? Hä? Ich, ich äh... Geh mal raus und noch mal rein Ja, jetzt kommt es wieder... Hier, normales Zeug und so Scheiß Black Screen, aber es ladet, es ladet, es ist... Super Das Spiel braucht wohl noch ein paar Fixes Ein paar Ok, cool Taschenlampe, können wir uns schon mal umschauen Was ist das eigentlich? Keine Ahnung Aber ich weiß nicht, wo ist... Wo ist hier eine Taschenlampe? Das könnte vielleicht einer sein, aber ich weiß nicht Es ist wieder kurz hochklettern Platz für Fun Die 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 Naja. Nehmen wir das Teil. Ja jetzt ist das Licht aus. Die Sonne ist cool. Nahti boi. Es ist über deine Zeit. Du musst dich schlafen. Nahti boi. Gratery, ich weiß nicht was du getan hast. Aber die Lichter sind in der Taggabe. Du musst die emergency Backup-Generator finden und sie aufhören. Sie sind in den Spielstrukturen. Aber wo ist hier eine scheiß Taschenappe, Mann? Ich kann ja nicht... Ich gehe nicht raus ohne ein Flashlight. Es ist zu dark. Hä? Taschenappe nehmen, aber von wo? Da ist keine Taschenappe, Mann. Hä? Ich verstehe es nicht. Wo soll hier eine Taschenappe sein, Mann? Hä? Hä? Boah, ich habe keine Ahnung. For real. Ich habe... Wie komme ich da jetzt raus? Ohne Taschenlampe, hä? Ich weiß nicht... Wie finde ich alle severee? Wie kommt das mal so schwer? Ich gehe... Wie viele Hände. Und... Also... ... ... Ich raff's nicht, Mann. Ich raff's nicht. Was soll ich tun? Taschenabenehmen, aber von wo? Ich raff's nicht. Hä? Kann doch nichts wahr sein, dass ich hier keine Taschnampe finde, ey. Ich muss kurz auf YouTube schauen, weil ich hab echt keine Ahnung, wo die Taschnampe ist. Ich muss kurz auf die Taschnampe. Nein, Junge, das wollte ich nicht anschauen. Oh mein fucking Gott. Flashlight. Ja, wo finde ich die Taschenappell, Junge? Da, da ist es. Is ja mein eigentliches Ziel. Ich weiß nicht, wo die Taschenappell ist, Junge. Ich weiß es nicht, ich finde die nicht. Wo findet ihr diese scheiß Taschenappell, Junge? Bei dem Ding. Wie aktiviert ihr das? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Hä? Irgendwas? Kann ich da was rausfinden? Ne. Moment. Hier ist noch ein Video. Vielleicht finde ich da was raus. Maybe. Aber I don't know. Ja, Mond. Hä? Was ist die Taschenappell? Was? Was? Moment. Moment. Er macht es bevor er das hier macht. Why? Why? Keine Ahnung. Ich schau rum. Ich schau rum. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit da auf Youtube rumschauen. Junge. Scheiß Handy. Ich hasse es, wenn es nicht reagiert. Das heißt, ich mach das Licht noch nicht aus. Schau rum. Und schau wie ich das mach. Was ist das? Was ist das? Ich höre. Ein Generator. Ich höre. Ich höre. Und schau die was nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Du kannst dich das auch mitmachen. Ich mache mich nicht mehr zu seiner�ah climax. Ich habe mich nicht mehr zu Hause. Eine Menge Rieger. Ich habe mich nicht mehr zu sehen. Ich hätte es vielleicht nicht tun sollen. Find ich hier die Sonne? Oh, das sieht so cool aus. Aha. Eine Überraschungsparty. Die Junge, die auch was sehen creepy aus. Wir haben Fingerpain, erzählen Storys, trinken Fischmasse zu unseren Händen, explodieren und dann bleiben die Nacht. Es gibt nur eine Regel. Bleib die Lichter auf. 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 Okay, ja, 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 alles gut, alles gut. Ja, 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 lass mich los. Ja, 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 ich hab Spaß, ich hab Spaß. Sicherheitsabzeichnis schaffen, ja, ja, ich hab Spaß, lass mich los. Lass mich los. Nenn mich hoch. Hä? Ich hab Spaß, lass gut sein jetzt, ja. Äh. Das Spiel braucht noch ein paar Fixes, definitiv. Jetzt hat er mich nicht losgelassen. Keine Ahnung, warum. Ich hab ihm nichts getan, nichts, gar nichts. Perfekt. Hm. Machen wir den gleichen Stress wieder. Keine Ahnung, ob das das bringt. Was sind deine Freundin mit? Ja? Gar nicht, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, jetzt ist es hier offen. MAN- Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Allright? Ja, 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 ja. Komm, wir schaffen das jetzt. Also hätte ich nur Trigger müssen. Aber ich hab das Spiel einfach kaputt gemacht. Naughty boy! Naughty boy! Naughty night! Okay cool. Ja. Mhm. 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 Naughty, naughty, naughty. 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 Ich hab Angst. Ich hab solche Angst. Fettner, kommt ja gleich. Naughty. 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 Oh, naoo. Vielleicht hätte ich mir merken sollen, wo die sind. Kann da auch hier rein? Ich habe Angst. Jetzt pass dein Bett an. Ich muss vielleicht bald mal runter und die Scheiße hier wieder aufladen. 2 habe ich schon. Mist, wie komme ich da rein? Das habe ich schon. War ich da schon drin? Bin mir echt nicht sicher. Absolut keine Ahnung. Oh nein. Ich bin ein Eck, ich bin ein Eck. Ja, ich bin ein Eck, aber ich bin ein Eck. Ich bin ein Eck, ich bin ein Eck. Ah! Kommst du hier rein? Ah! No! Ah! No! Das ist nicht fair! Die Kinder müssen sich verabschieden. Oh mein Gott! Ah! Er weiß wo ich bin oder? Er weiß es. Er rennt direkt auf mich zu. Das ist nicht fair! Oh Gott, Mann! Oh Gott! Heilige fucking Scheiße! Fuck off, Alter! Wie soll ich mich vor dem verstecken? Ah! 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 Nein! Bruder, bleib weg von mir! Wo kann ich ihn abdenken? Kleiner Motherfucker! Ich komm hier nicht weg! No! Oh Gott, doch! Das war ziemlich fucking laut! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Ich komm hier nicht weg! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Boah! Und wo ist er?! Und wo ist er?! Kann ich ihre Rohren erkennen, welchen ich habe?! Gott, Junge Wo ist er überhaupt? Keine Ahnung, Alter Den hier habe ich Vielleicht noch da einer? Vielleicht noch mal ganz kurz aufladen Er hat mich gesehen Oh mein fucking Gott Scheiße, Mann, Alter Der Typ ist doch krank Ich muss echt wieder aufladen Ähm Bleibst du so? Das wäre Echt korrekt von dir Das erklärt auch, warum ich ihn Okay, cool, perfekt Aber ich sollte Vielleicht nicht unterschätzen Das wäre dumm, wenn ich ihn unterschätze Ja, ziemlich dumm Motherfucking No way Hab ich schon Fuck, Alter Welches habe ich denn noch nicht? Oh, scheiße Ist der nah Wie soll ich denn das schaffen? Oh, wer weiß doch Gefühlt immer, wo ich bin Ah, ich weiß Ich muss ihn ablenken, aber Mein Gott Scheiße, Alter Ist das große Ding Ich weiß nicht wo Ich ihn ablenken soll Er hört sich Unfassbar nah an Scheiße, Alter Oh Gott, Mann Ne, jetzt habe ich schon Fuck Ich habe nicht gedacht, dass er von da kommt Ich hätte es nicht gedacht Motherfucker Okay Bevor ich die Lichter ausmache Schau ich mich um Dann kann ich das einfach durchrushen Ich werde nicht rushen Heilige Scheiße Das FNAF ist gut Alter, ich habe mich bei FNAF noch nie wirklich erschrocken Das sieht doch so cool aus Holy shit, okay Cool Schauen wir uns mal um Das sind Das ist ein riesen Motherfucker Wo bringt er mich hin What the fuck, Mann Lass mich los Super Arschloch Fick dich doch Ich dachte, ich kann mich hier in Ruhe umschauen Okay, schauen wir mal Hier in dem ganz links Haben wir ganz oben einen Generator Ganz links, ganz oben Ganz links, ganz oben Moment Jetzt sind wir Boah, Junge Das wird hart Junge Okay, hier unten ist einer Okay, sagen wir Das ist Sagen wir, das ist die Mitte Mitte unten Genau Hier vielleicht auch noch was Junge, das ist halt Echt fett Das Gebiet Mitte oben, sagen wir mal Und Jetzt Sagen wir Gehen wir rechts lang Rechts Mitte Maybe Rechts Mitte Ich schreibe es ja aus Als kann ich es mir echt nicht merken Kann ich es so oder so Wahrscheinlich nicht, aber Äh Bin ich immer noch rechts? Ei, Junge Ich kenne mich nicht mehr aus For real nicht Äh Und oben Oben Versuchen wir noch mal Wenn wir es halt nicht schaffen Ist auch nicht schlimm so Nein, 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 nein Nein Ja, Pech Hier Ja Lights on, lights on Ja, ja, ich weiß Wie er umfällt Feiert Naughty boy Naughty boy It's past your bedtime You must be punished Naughty love Der ist halt meistens, glaube ich, unten Soll, wenn er mich nicht sieht Ich gehe zuerst da lang Darf ich gefragt, es ist Oben So, ganz, ganz oben ist es hier Genau hier Nummer eins Dann gehe ich jetzt da drüber Du musst be found Das heißt, du hast mich noch nicht gefunden Du kleines Arschloch, Alter Wenn er mich halt findet Kann ich Easy Ein Ding jetzt machen Mitte und Mitte oben Okay Geh mal erstmal hoch Irgendwie Vielleicht da eins lang Hier Dann unten Ich hab Angst Mist Mist Der Wichser hat mich, oder? Motherfucker Okay Irgendwo unten Ich weiß aber nicht Wie ich da runterkomme Hier, so Hier, genau So Dann irgendwie rüber Scheiße, Alter Dann hier Irgendwo oben Irgendwo Irgendwo Ah, jo, wenn meine Taschenappe gleich ausgeht, ne Fuck Scheiße, Mann Er geht runter Er geht runter Cool Oh Gott Scheiße Das hab ich schon Und er kommt Nicht gut Jetzt sollte ich rechts sein Right Ah, Junge, ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Bin mir nicht sicher, Mann Ich bin mir echt nicht sicher Ich habe Angst Ah, Junge Ich habe Oh mein Gott Ich trau mich da jetzt wirklich nicht Ah Ah Mist Mein Gott Es hat mich schon wieder verlaufen Das Licht wird schwach Fuck, Mann Wie komme ich denn da rein Ablenken Fuck, Mann Bitch, ich dachte ich hab dich abgelenkt Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich hab Angst Ganz rechts hinrennen Neu orientieren am besten Keine Ahnung Ich muss es irgendwie nach oben schaffen Scheiß, Mann Es ist intensiv Junge, die Musik Heißt aber Er hat mich noch nicht gefunden Noch Ändert sich gleich Bettzeit Halt die Schnauze, Mann Ich schlag dich gleich Ich geb dir gleich Bettzeit Gute Halt die Fresse Ich hab Glück, solange Scheiße, Mann Scheiße, Mann So schwer kann es doch nicht sein, Mann Nochmal Egal, wenn ich es jetzt nicht schaff Dann 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 War es das erste für heute Ich schau es mir jetzt nochmal genau an Kann doch nicht so schwer sein Okay Moment Nein Ah, Junge Komm, Junge Lass mich los Ich hab nicht die Zeit Ich hab keine Zeit für dich Es tut mir leid Aber Ich habe keine Zeit für dich Moment Bro, schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal Ich muss einfach nur irgendwie hochkommen Das ist das einfachste, genau Ab hier wird es hart Ich könnte Mich auch an die Lichter orientieren Hier Hier ist zum Beispiel eins Obwohl So könnte ich mich orientieren Wo waren die überhaupt hier Ich finde die nicht Das wäre ich wieder hier im Duggerrand Boah, Junge Tie Kind on them New friend This 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 area Is Off Me Miss You're Gonna Get Us In Trouble Don't You Want A Puppet Shell I Glitter Glue You Glitter Glue No Why Would You Do That Lights Lights I Warned You I Warned You Warum kann man das nicht überspringen? Naughty boy. It's past your bedtime. You must be punished. 99. Some trash. Okay. You should see backup generators and turn them on. They are in the play structures. Then I'll go first into that. That children must be punished. Yes. That's right. There is one. Through a blue jump. That children must be punished. Maybe quelquefeg. You can't go first. You can go first. I can't wait until you are left. Irgendwie from there. Egal. Hier, another one. Here. Durch the blue. Nock, nock. Nein, 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 nicht da lang. Da unten ist dann eins. Oh. Ich spring mal runter, oder? Scheiße, Mann. Ich muss was zum Ablenken finden, hier. Clean up, clean up. Okay, 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 beeilen. Man muss sich hier halt echt beeilen dann. Die Kinder müssen sich verabschieden. Okay. Ich sage es meinen Eltern. Nochmal einer. Dann war hier oben Noch irgendwo einer Right Fuck Den hab ich schon Ich renn noch mal kurz runter Lenke ihn noch mal kurz ab Mit dem da hinten Ausdauer ist leer Echt intensiver Shit Muss ich schon sagen Das läuft noch nicht Skrable Scheiße klingt da nah Moment Der ist da unten wieder buggy Das seh ich grad Wo bin ich Ich will da ran Das da Muss ich noch zum Laufen bringen Ich würd sagen Ich renn kurz weg Lenk ihn ab Lad auf Lenk ihn noch mal ab Und ja Nein fuck Ja die Taschenappe war eh fast leer Dann lenke ich die da noch mal ab Hier Jetzt hat Lenk ihn Ich Oh fuck Scheiße wo ging es hier noch mal hoch Hier Und der letzte Oh mein fucking Gott Ich renne noch mal kurz zurück Speicher noch mal Oh mein Gott Jetzt war Heftig Lad notfalls Halber noch mal auf Na du kleine Bitch Schau mal Ach gefällt es dir diesmal nicht Oh tut mir leid Außerhalb Ah hier Ja ja Schmeiß mich mal raus Nein Wo bist du Nein Ich war zu langsam Fuck Oh Aber würden die Freddy da nicht auch angreifen Ah jungen Das Spiel macht zu Spaß Ich bin nicht auf Ich bin noch nicht auf Läuft das Scheiße wieder schon noch Ja perfekt Cool Super Cool 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 Freut mich Freut mich total Ja ja Ich feier das Spiel Äh Es ladet immer so lang Aber das sooo lang Landet Nervt mich Beap No 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 Okay cool Hיעтр Keuch becomes No Hey So Sicherheitshalter! Sicherheitshalter! Gregory, raus! Wir müssen uns jetzt raus raus! Wir haben dich gefunden! Gehen nach unten und keine Angst. Sie können dich nicht finden, während wir zusammen sind. Das sind alles schöne Sachen hier. Let's rock! Ich will es haben, ich will es haben, ich will es ganz kurz haben. Altes Poster! Du kannst immer noch nicht hide. Mhm. Mhm, ich weiß. Zeit im Auge bei... Achso, ja. Von was geschnappt? Achso. Ja. Wir sind fast aus der Zeit. Wir müssen sofort zu einer Recharge Station kommen. Ja. Mhm. 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 Wo ist es? Wo ist die verkackte Live Station? Mhm. 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 Wo ist es? Oh scheiße. Die Ladestation war doch hier irgendwo im Ausgang, ne? Stimmt ja. Stimmt! Wenn! Warte, was passiert denn, wenn er nicht in der Ladestation ist? Okay, cool. Was war das? Das ist ein Fountain. Ein Fountain ist ein dekorativer Reservoir, für die Wasser scharren. Ah ja. Kaninchen-Dame. Nein. Nicht mehr. Nicht mehr. Das ist verrückt. Es ist wie das ganze Ort versucht mich zu holen. Ich bin nicht. Warum? Hm. Ich weiß nicht. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Vielleicht wollen sie dir auch helfen. Trudy ist nett. Ich wüsste es. Und für ein paar Worte... Du bist anders. Ja, 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 ich weiß. Übernachtung. Okay. Und wohin jetzt? Oh, wow. Oh, wow. Gute News? 5 Stunden? Ich werde nicht 5 Minuten dauern. Ich werde nicht 5 Minuten dauern. Oh, nicht panisch. Wenn wir wieder verabreden werden, kannst du mich immer auf euren Fastwatch anrufen, so lange ich die Kraft habe. Und ich kann dich zu erreichen. Mhm. Kurz speichern. Ja, 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 ja. Fredian rufen. Schön. Jetzt mal speichern. Wenn ich kann. Jetzt mal. Ich habe Q gedrückt, aber... Okay, cool. Wo... Wo muss ich hin? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich... Ich laufe einfach mal irgendwo hin. Was der... Oh, mein Gott. Diese Bugs ab und zu mal. Ein bisschen weirr oder so. Wir müssen gehen. Du kannst das Hauptatrium mit deinem neuen Sicherheitspatch accessieren. Atrium, was ist denn Atrium? Das hier? Ich habe zwei möglichen Exitpunkte gefunden. Der Hauptatrium-Dock ist unter dem Foodcourt auf dem ersten Fluss. Es gibt auch ein Feuerescape auf dem dritten Fluss. Check deinen Fastwatch. Ich markiere beide Locationen auf deinem Fastmap. Es scheint, dass du keinen Fastmap hast. Du solltest einen von dem Kreider auf dem Zentralbalkon bekommen. Was? Karte einsammeln. Von wo? Wo fahr ich hin? Monty Skater Golf. Kids Cove. Hm. Oh, shit. Wie lange fahren wir noch? Und wohin? Oh. Oh. Los, mein Transportmittel. Wo sind wir jetzt? Kartenbott. Junge, diese Stimme. Danke. Danke. Freie Map. Gott ist Gott. Cool. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Das ist viel. Das ist fett. Das ist riesig. Das ist fucking riesig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy fucking shit. Darf ich irgendwo hin? Wie zum Beispiel. Was? Ja, ja, jetzt noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das ist der Last of Sites. Da wäre das, aber... Ach fuck, ich kann da nicht lang? Schade. Okay, ja, dann geh ich mal da durch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und ich denke, das ist eine berechtigte Frage. sniff, man. Heilige Scheiße. Ah. Ok, cool. Super. Spaggie und so. Oh mein Gott. Was bringen wir jetzt eigentlich die ganze... immer? Ah, das ist ja in einem Inventar. Was bringt wir jetzt? Nahrung. Kann ich das trinken? Ne, schade. Junge. Mhm. Ja, sowas von speichern. Jo. Was? Was ist los? Ah, okay. Ticker, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin... Ah, fuck! Direkt in die... Arme gelaufen. Ja, cool. Egal, ähm, Leute... Das war's jetzt für's Video, ich werd morgen weitermachen. Ich werd's Video noch hochladen und es soll nicht zu lang werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben's eh weit geschafft und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Äh. Äh. Äh.